Grüezi miteinander. Ich möchte euch recht herzlich begrüssen an einem ganz schönen Flecken oben am Zürichsee. Wir sind hier im Valdeckli. Wir sind 1028 Meter über dem Meer. Und wir haben am Wochenende offen. Samstag und Sonntag ist das bewartet. Geführt wird als die Frohnarbeit von Mitgliedern der Naturfreundensektion Lachen. Das ist ein kleinerer Club mit ca. 280 Mitgliedern. Das Valdeckli kann man gut erreichen mit dem Fuss. Man hat etwa eine halbe Stunde vom Rägerhof, vom Parkplatz Neckele. Dort hat man etwa eine Dreiviertelstunde. Oder man kann auch mit dem Bike von Lachen runterfahren. Da hat man etwa eine gute Stunde bis man hier oben ist. Und es hat auch wunderschöne Wege, wo man hier weiterlaufen kann. Man kann hier ein Stückchen Kreuz, das ist der Hausberg, wo man auch im Winter kann mit der Tourenschein oder mit den Schneeschuhen. Man kann hier überall rumlaufen. Es ist wirklich ein Wander- und Bikeparadies. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal hier vorbei könntet, an den schönen Flecken dieser Erde. Wenn die Kahn am Masten weht, dann ist das Valdeckli offen und bereit. Es gibt jede Woche von der friebäunigen Helfer frische, zubereitete Spiessen. So feiner Wein. Gut mit Kaffee. Alles, was euch das Herz begehrt. Ein wunderbares kaltes Bier auf dem Valdeckli, bei Sonnenuntergang.